Was geht meine Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal, die Jogi ist mal wieder back, am Stüssel für euch, heute wieder von der Talbach im LS19. Ja ihr seht, wir sind heute schon am Händler angekommen, ich habe schon eine Folge aufgenommen, aber irgendwie hatte ich FPS Probleme mit dem Ford, mit dem blauen, den ihr da noch im Unterstand gesehen habt. Gut, ich habe mich jetzt dafür entschieden, den zu verkaufen und weil ich mir eh gleich einen neuen holen wollte, dann habe ich gedacht, komm, schauen wir uns gleich noch den Händler an. Ja, der Plan ist nämlich heute, dass wir mit dem Wasserfass, was wir auch zusätzlich gekauft haben, mal, ja ich gehe mal davon aus, hier runterfahren, hier mal Wasser betanken, ja ihr werdet auf der Karte verschiedene Stationen. finden, einerseits direkt am Hof für die Faulen, ja, die vielleicht nicht so ganz realistisch spielen wollen, ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, oder wie auch immer. Und andererseits für die, wo wir es vielleicht ein bisschen realistischer haben wollen, ein Punkt, zwei, dann haben wir hier unten noch drei und, wo war das noch, vier. Da werde ich aber euch noch Markierungen setzen, dass ihr das auf jeden Fall findet. Heute geht es aber nur ums Testen. Ja, was habe ich mir als kleinen Schlepper noch geholt? Mal wieder was anderes zwischendurch. Und zwar einen Deutz. Ich mag irgendwie diesen Schräghauber. Und zwar, was haben wir denn da jetzt? Ein Agro Star 638 Spezial. Das Joskin-Fass dazu. Irgendwie habe ich auch noch keine Alternative für Wasserfässer gefunden, aber hey. Was soll's? Okay, neuer Schlepper brauchen wir hier wieder. Das hier alles. Sonst wird es wieder unangenehm. Der hier hat jetzt kein Simple IC. Ich habe zwar noch einen, der hat Simple IC, aber da gefällt mir der Sound aktuell nicht so. Und ihr wisst ja, ich bin recht pragmatisch. Ich nehme das, was ich habe und gut ist. Ah ja, übrigens, ich glaube, im letzten Video habe ich es ja gesagt. Ich meine, hier war dieser Waschplatz, ne? Im 17er. Keine Sorge, wir schauen uns alle Gebäude an. So, dann schauen wir mal. Fangen wir mal die Straße zurück. Anhänger haben wir dran. Jo, sicher ist sicher. Ich hatte hier teilweise gerade 10 FPS, aber komischerweise nur in dem Schlepper drin. Muss ich mal mit dem Andi quatschen, ob es da ein Problem vielleicht gab. Ich weiß nicht und ich noch eine alte Version habe. So, hier und da mal ein Ruckler kann ja noch sein, weil wir ja noch in den Shader-Laden, in den Shader-Cage. Aber das hier gerade, das konnte ich euch ja auch im Video nicht angucken. Das war echt heftig. So, hier schön durch Talbach durch. Vorbei am Turmbaumarkt und dann geht es jetzt irgendwo hier nach unten. Ich meine hier bei diesem, keine Ahnung was das ist, Handymast oder so. Ich weiß nicht, da geht es runter. Und dann seht ihr auch gleich mal unsere Feldwege. Aktuell habe ich mich dafür noch entschieden, die 3D zu verbauen. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Ob ihr das so lassen, dürft mir einfach mal gerne jetzt in diesem Video eure Meinung reinschreiben. Was ihr zu den Feldwegen sagen würdet. Klar, für Simple IC ist es schön. Die Leute, wo das haben wollen. Aber ich bin einfach mal ganz neutral. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Die Soundkulisse, ne? Ist das nicht ein schöner Anblick? Traumhaft, Freunde. Traumhaft, sage ich euch. Was ist das hier? Drück noch die Wasserplane ein bisschen raus. So, dann holen wir hier mal unser Wasser und bringen das an den Hof. Das funktioniert schon mal. Bin ich ja schon mal zufrieden. Kann man da gleich noch ein Bild machen, wenn wir eh hier stehen? Ach, ein Traum, Freunde. Einfach ein Traum. Ich hoffe, ihr habt die Geduld. Ja, wir wollen es so gut wie möglich wie immer perfekt machen. Wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ihr seht schon, dass wir schon enorm weit sind mit der Karte. So, fahren wir zurück an den Hof. Eigentlich ist es ja immer Nonsens. Jemanden zu fragen nach einer Meinung, weil unterm Strich kommt eh immer 50-50 raus. Eigentlich bekommt man eh nie die Antwort, die man sich erwartet. Und hier übrigens, ähm, hier übrigens, ähm, Grastextur, Farming Agency, ja. So, Paul, danke dir. So, oh, hab ich jetzt doch einen Light-Pfosten oder so einen, wie nennt man das, so einen Straßenpfosten da mitgenommen. Ja, das Ampelskript ist halt auch noch so ein Thema, ja. Ja, aktuell, ihr seht's, ich hab nur die Ampeln erstmal entformt. Ab und zu kommt es dann halt vor, dass die Fahrzeuge ineinander fahren. Da hab ich noch keine wirkliche Lösung. Wahrscheinlich muss ich unterm Strich einfach die Splines anders legen. Ja, ich kann's halt auch nicht ändern, ne. Außer einer von euch kann ein Ampelskript machen. Dann, äh, immer her damit. Liebend gerne. So, fahren wir hinten im Hof rein. Und laden bei den Quillen jetzt gleich ab. Vermutlich lass ich dann einfach das Wasser fast gleich stehen. Damit wir da immer wieder nachfüllen können. Jetzt machen wir erstmal den Behälter voll. So, machen wir hier auf. Das wären jetzt hier die anderen Straßen, die zur Verfügung stehen würden. Aber lieber zu, dass sie nicht abhauen. Oh nein. Es ist halt immer irgendwas. Ja, die Straßen, die Kinder. Von Chris. Da rumpelt's dann halt nicht immer so heftig. So, wir könnten aber auch das Pen Extension anbauen. Aber ihr wisst ja, ich muss testen. Sonst geht es ja nicht. Ja, das sieht soweit ganz vernünftig aus. Dann schieben wir das Fass noch kurz hier an die Seite hin. Dass es nicht direkt vor der Futtertränke steht. Futtertränke, Wassertränke. Ja, was immer. Gut. Somit wäre das auch schon mal erledigt. Ich weiß, die Trigger funktionieren, weil einer läuft über alle. Dann funktionieren die anderen soweit eigentlich auch. Gut. Dann geht es eigentlich schon ins Eingemachte. Jetzt brauchen wir Fressen für die Tiere. In dem Sinn. Viel Gott. Bis zum nächsten Video. Und ciao.